Diese echte Leidenschaft haben wir zwei definiert, weil es ja aus der Authentizität und unserem Herzblut kommt und weil wir auch unseren Mitarbeitern diese Freiheit lassen, sich in diesem Claim wiederzufinden und auch zu entfalten. Das sind zwar kräftige Worte, die schon auch sehr viel aussagen, aber niemandem etwas vorschreiben und somit auch die unterschiedlichen Charaktere und auch Leidenschaften zulassen. Und das geht nur, wenn man unabhängig und frei agieren kann. Ja, wie sagst du immer, wir brauchen uns nicht verbiegen. Wir lassen uns auch nicht verbiegen. Wir lassen uns nicht verbiegen, genau.